Richtig cool ist aber unser Curve-Ski. Meine Sucht ist schon fast ganz befriedigt. Aber irgendwas fehlt mir noch zu einer 100% perfekten Kurve. Aber für eine perfekte Kurve muss man ein sein mit dem Schnee, mit dem Ski und mit dem Schuh. Man braucht einfach die perfekte Kontrolle. Genau das hat uns noch gefehlt. Der Schuh zur perfekten Kurve. Die Zielsetzung war es, einen Schuh zu entwickeln, der super passt, mit dem ich perfekt den Ski steuern kann und mit dem ich bei allen Bedingungen alles unter Kontrolle habe. Ein großes Thema bei sportlichen Skischuhen sind Druckstellen. Genau dafür war es wichtig, eine ergonomische Passform zu entwickeln, die es zulässt, mit so einem hochsportlichen Skischuh dann richtig komfortabel Ski zu fahren. Wenn ich einen balancierten Schuh habe, den ich persönlich einstellen kann, habe ich die Möglichkeit, dass ich die Kraft optimal übertrage. Und ich kann den Ski perfekt in die Kurve steuern. Daher war es uns wichtig, dass das Material in einem breiten Temperaturbereich und auf verschiedenen Schneearten die optimale Leistung bringt. Mit diesem neuen Skischuh wird man eins mit dem Ski. Der neue Curve Schuh hebt die Kontrolle über den Ski auf ein neues Level. Mit dem Curve Boot kriegt man wirklich Rennsporttechnologie für die Piste. Daher war es nicht so schnell ges Mirek. Untertitelung des ZDF, 2020